ja und dann wird das screenshot und dann habe ich die fps zahlen nicht mehr gesehen wegen dem mal zu groß war und ich glaube noch wenn ich aufnehmen sind die fps jetzt auf 30 29 und erst nach zwei stunden wo ich fast die aufnahme beenden wollte kam die fps zahlen und es war auf 150 160 und dann dachte ich scheiße wieso sind jetzt so hoch nämlich gerade auf oder war nämlich kann nicht mehr auf oder so nachdem alles fertig ja es ging nicht mehr den küm ist bald mal so dass das ist unser essen hier ja oder ja oder was brauchte ich an die achten zu beschaffen schon wieder zu beschaffen ja weiß ich noch was dazu sagen ach ja und dann habe ich mir es war ein bisschen bei der aufnahme dabei ich glaube zwei minuten aber da habe ich nur am anfang nichts gemacht nur etwas geht aber und dann habe ich das mit wegas bisschen angeguckt und dann habe ich gemerkt ach so da da ist ja da sieht man die desktop leistung gar nicht mehr ja dann kann ich das jetzt so lassen ich wusste es gar nicht dass man das nicht mehr sieht also ich habe mir jetzt noch mal überlegt ob ich ein let's play zum breakforce mache es ist ein ego shooter es ist ein bisschen aus minecraft und ego ja es ist auch so in klötchen form aber es ist nicht so verpixelt aber es ist ganz lustig und ich gefällt mir auch das geilste daran ist es gibt keine hacker also zumindest wüsste ich es nicht dass es dahinter gibt also wenn mein after effects wieder geht es hat grad einen fehler und ich wollte es jetzt updaten aber es ging auch nicht irgendwie weiß ich grad nicht also ich versuche es mir heute zu machen um ein intro zu bearbeiten das zweite also bei meinem ersten intro kommen doch die bändchen wo steht lecraft lp und beim zweiten steht let's play minecraft und das will ich um ändern zuletzt bleibt fast noch und zu jedem anderen netz vielleicht nicht zu jedem aber ich guck mal vielleicht kommt auch andere ja oder bei jedem ich weiß es nicht damit es gleich aussieht zumindest damit ich nicht so viel machen muss das muss ergänzt werden da muss das andere hin wenn ich dann bisschen noch überfordert oder auch nicht ok ich glaube ich mache mir gleich noch schnell eine kleine farbe damit wir uns brot machen können ja aber dann bräuchte ich doch glas wenn ich baue mir erstmal gleich noch aus so das hätten wir dann endlich ist noch eine kuh da hinten ist auch noch eine aber die verfolge ich jetzt mal nicht äh oder noch ganz schnell ganz schnell oh da sind noch vier mehr so die haben auch Und die da ... und die da ... und ... wo ist die denn ... Ah da ... Du ... du ... du ... BAM! Fynn ... Apfel ... Stelle ... Ich hab grad versucht nicht zu atmen ... Aber wieso weiß ich jetzt auch nicht so ... Ich mach jedes Loch jetzt noch schnell zu ... Und dann gehen wir schlafen ... Und dann fangen wir an das Haus zu bauen ... Das kann man hier zubauen ... Muss ich nicht ... Davor hat sich der Block einfach immer bei mir draufgestellt ... Auf das Gras ... Und dann ist das Gras verschwunden ... Aber der Block war in der Luft ... So ... Bisschen schon am Anfang ... Die Landschaft aus-ebenen ... Damit wir später nicht mehr so viel zu tun haben ... So ... Das kommt später auch noch weg ... Ne ... jetzt mit dem Anfang ... Und dann äh ... Diese zwei Blöcke auch noch ... Mh ... Das lass ich mal ... Ich mach lieber kurz mal hier weg ... Und da eine Hain ... War falsch ... So ... Chicken noch killen ... So ... Okay ... So ... Okay ... Das ... Wäre dann schon mal ... Der Anfang ... Skeletron ... Skeletron ... Der sieht mich nicht ... Der sieht mich nicht ... Bam ... Schlafen ... So ... Ich muss mich mal vollstrecken ... Weil ich ... Nicht so lange geschlafen hab ... Okay ... Da haben wir ... Nix ... Da können wir gleich das Chicken noch hin ... Schmeiß noch was ... Rohfleisch ... Oh ... Wie viel Erde ... Mh ... Ich benutze dieses Freizimmer für mein Haus ... Und dann ... Keine Pflastersteine ... So ... Clean Stone ... Weil ich ... Mag schon so eine kleine ... Abwechslung ... Abwechslung ... Zwischen ... Holz und Stein ... Sieht dann ... Ein wenig besser aus ... Ja ... So ... Da mal noch ... Diese normalen ... Und sonst noch irgendwas ... Pflanze ich noch ein paar Bäume nach ... So ... Das kommt da rein ... So ... Dann ... Ich muss mal kurz mal noch ... Schlecht ... Schlecht operieren ... So ... Okay ... Und dann ... Abreißen ... So ... Oh je ... Ist das grad ... Leise gewesen ... Ich hab mich ... Irgendwie konzentriert ... Beim abbauen ... So ... So ... Die Sachen werden ... Gleich ... In der Luft schieben ... Aber ... Ich ... Ändern ... Das gleich mal ... Scheiße ... Schlecht ... Schlecht ... Mit der Hand ... Abbauen ... Ach ... Dieses bisschen ... Ist ja grad ... Okay ... So ... Ach ... Weiß was ... Ich baue mich schnell ... Und meine Schufe ... Ich würd sie eh ... Benötigen ... Aber nur ... Eine ... So ... Ist das gleich auch ... Fertig ... Ja ... Das haben wir auch ... Jetzt gleich ... Weg ... So ... So ... Was sollen wir denn ... Das Haus hinbauen ... Pollen wir es gleich mal hier ... Fett schön in die Mitte ... Wo ... Geil ... Danke ... Genau ... Hier ... So ... Das muss weg ... Ich pflanze schon mal ... Ein paar Bäume hin ... So ... Einer kommt hier hin ... Der ... Einer kommt da hin ... Er kommt hier hin ... Der hier ... Der hier ... Der hier ... Hier ... Und hier ... Und da ... Und ... Hier ... Und ... Hier ... Und ... Hier ... Und ... Hier ... Und hier ... Und hier ... Und da kommt noch einer hin ... Und hier ... Und dort ... Und ... Fertig ... Nein ... Der muss weiter weg vonnehmen ... So ... Passt ... Passt ... Und hier ... Und hier ... Und ... So ... Das packst du schnell noch in die Kiste ... Dann muss noch ... Deine ... Mampfen ... So was gibt's hier ... Ähm ... Brauchen wir noch was ... Brauchen wir noch was ... In den Ring gerade nicht ... Ich kann mir gerade mal noch schnell zwei Eimer machen ... Jetzt wird drei ... Jetzt wird drei ... Jetzt wird drei ... So ... Dann gehen wir gleich nachher ... Brauchen wir was ... Und dann ... Dann gehen wir ... Und ein bisschen wasser holen ... So ... Nein nicht das ... Sondern ... Das ... Okay ... Fangen wir mal an ... Mit der vorderseite ... Eins ... Zwei ... Drei ... Vier ... Vier ist die Schandertöhe bei mir ... So ... Mh ... Muss ich gerade mal überlegen ... Eins ... Zwei ... Zwei ... Vier ... Tür ... Eins ... Zwei ... Zwei ... Zwei ... Zwei ... Jetzt freuen sich bestimmt ... Ja ... Er fängt an zu bauen ... Yeah ... Darauf haben wir zwei ... Folgen gewartet ... Ach ... Ja ... Ich weiß nicht ob ich das erwähnt habe ... Ich kann ... Meine Videos nicht jeden Tag hochladen ... Aber ich ... Versuche mal ... So regelmäßig ... Wie möglich ... Das zu machen ... Weil ich ... Hab zurzeit nicht so viel Zeit ... Und ... Ja ... Und dies ... Und das ... Und dort ... Und hier ... Tut mir leid ... Ich hoffe ... Hier können wir nochmal ... Verzeihen ... So ... Ich wollte doch eigentlich ... Abwechslung ... Zwischen Steine machen ... So ... Steine ... Lass mir nicht ... Hier noch was ... Einmal ... Ach ... Ja ... Das mit dem ... Jetzt ist es scheiße ... Aber ist okay ... So ... Steine ... Da waren die ... So ... Sieht das scheiße aus ... Ja ... Das sieht richtig scheiße aus ... Okay ... Die Ecken lasse ich so ... Okay ... So ... Das waren dann ... Eins ... Zwei ... Drei ... Fünf ... Sechs ... Sieben ... Acht ... Geht das ... Wir sind hier ... Eins ... Zwei ... Drei ... Vier ... Neun ... So viel ... Vierkiges Haus machen ... Ja ... Ich mach mal ... Vierkiges Haus ... Nein ... Warte ... Doch ... Neun ... Eins ... Zwei ... Drei ... Vier ... Tü 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 ... Können wir nachher ... Oder ... Genau ... Ja ... Machen wir dann ... Tü ... Tü ... Dann kommt unser Garten hin ... Genau ... So ... Machen wir's ... So ... Hier hin ... Vier ... Drei ... Vier ... So ... Und ... Hier nochmal ... Tü 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 ... Okay, dass ich dann hier das